Deutsche Spektrum-Rakete von Isar Aerospace soll diese Woche starten. Gut gelandet wegen medizinischem Notfall vorzeitige Rückkehr von Crew 11. Artemis 2 fliegt trotz Hitzschildproblemen. NASA startet Programm für Atomkraft auf dem Mond. Starbase Pet 2 fast bereit für Booster-Tests. SpaceX darf 15.000 neue Starlings starten. Und spektakuläre Bilder aus China von missglückter Landung. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu sehen. Ich starte dein Space Update auf Deutsch. Endlich, wir haben ein offizielles Startdatum. Isar Aerospace steht kurz vor dem zweiten Start seiner Spektrum-Träger-Rakete. Die Mission Onward & Upward soll frühestens am 21. Januar vom firmeneigenen Startplatz im norwegischen Andoja abheben. Diesmal mit echter Nutzlast. Fünf CubeSats und wissenschaftliche Experimente dabei. Die Mission wird im Rahmen des Isar Boost-Programms gefördert. Ergebnis des Siegers im Microluncher wird ja in der Deutschen Raumfahrtagentur. Parallel zu den Startvorbereitungen entsteht in der Nähe von München jetzt schon die Raketen mit den Seriennummern 3 bis 7. Ziel jetzt für den Start ist aber natürlich, das Raketensystem unter realen Bedingungen zu qualifizieren und da natürlich den Orbit zu erreichen. CEO Daniel Metzer betont, Europa braucht dringend souveränen Zugang zum All. Ja, ich denke spätestens seit dem amerikanischen Überfall auf Venezuela sollte Europas unabhängiger Zugang zum All aus Lateinamerika zumindest diskutiert werden. Fun Fact, ja, zum Beispiel französische Behörden und Beobachter schätzen, dass ein signifikanter Anteil des Kokains, das nachher Frankreich kommt, durch französische Guyana und die übrigen Überseegebiete von Frankreich läuft. Nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, eine Seeblockade als Antidrogeneinsatz zu verkaufen. Letzte Woche hatten wir berichtet, die NASA plante wegen eines medizinischen Zwischenfalls auf der SS den ungewöhnlichen Schritt, die komplette Crew 11 vorzeitig zur Erde zurückzuholen. Am frühen Donnerstagmorgen diese Woche setzte dann die Dragon-Kapsel sicher im Pazifik vor der Küste von San Diego auf. Damit endete die ursprünglich bis Mai angesetzte Mission nach nur 167 Tagen im All. Die vier Besatzungsmitglieder von Crew 11, bestehend aus den NASA-Astronauten Sine Cartman, Mike Finkel, Jax-Astronaut Kimia Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow, die wurden direkt nach der Landung geborgen und zur weiteren Untersuchung in ein lokales Krankenhaus gebracht. Während die NASA aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben machte, bestätigte sie, dass alle Crewmitglieder im stabilen Zustand sind. Es war ja das erste Mal, dass vorzeitig eine NASA-Mission mit Crew aus medizinischen Gründen beendet wurde. Ziemlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die NASA bisher weit über 200 Missionen mit Crew geflogen ist. Da hätte man eigentlich erwartet, dass da vorher schon was passiert. Der frühzeitige Abbruch endet übrigens nichts am wissenschaftlichen Erfolg der Mission. Über 140 Experimente wurden erfolgreich abgeschlossen. Ich habe erst dumm geguckt und dann erst gedacht, ist ein Fake. Der Kreuzfahrer, der im Livestream vor der Wasserung zu sehen war, der fand sich doch nicht in der Sicherheitszone. Die optische Nähe im Video, die ist nur eine optische Täuschung, die dem Teleobjektiv der Verfolgerkammer geschuldet ist. Apropos ISS, die ESA hat eine Kehrtwende bei der Erfüllung ihrer ISS-Verpflichtung vollzogen. Statt eine kommerzielle Frachtnutzlast zur Station zu schicken, ein Auftrag, für den bereits eine Ausschreibung lief und bei der Cygnus wahrscheinlich von uns auf Grumman als Favorit vorgegangen wäre, wird Europa nun auf einen neuen Barta-Deal setzen mit der NASA. Künftig soll ein Teil der gemeinsamen Betriebskosten der ISS durch europäische Rücktransporte aus der Umlaufbahn gedeckt werden. Da geht es dann um Fracht. Die sogenannten Leo Cargo Returns Services, deren erste Phase 2024 an die Exploration Company und Thales Alenia Space gegangen sind, sollen 2029 dann erste Demonstrationsflüge zur ISS durchführen. Man merkt schon, ISS-Ende ist dann ja irgendwo greifbar. Geht es natürlich auch um die kommenden kommerziellen Stationen. Ja, anschließend will die ESA vier weitere Flüge als Ankerkunde beauftragen. Damit sich Europa dann nicht nur die kosteneffiziente Option zur ISS-Beteiligung, sondern positioniert sich dann auch strategisch im Zukunftsmarkt für die Frachtrücktransporte von den kommerziellen Stationen. Apropos Wiedereintritt. Trotz früherer Materialverluste beim Artemis 1-Flug hält die NASA ja am bestehenden Hitzeschild für Artemis 2 fest. NASA-Chef Jared Isaacman hat nach einem halbtägigen Review mit unabhängigen Experten, darunter ehemalige Astronauten, erklärt, er habe volles Vertrauen in die getroffenen Entscheidungen. Bei Artemis 1 hatte sich ja unerwartet Hitzeschutzmaterial gelöst, was die NASA zunächst geheim hielt. Das Hitzeschutzsystem ist gleich geblieben, konnte man auch so schnell nicht ändern. Ein steilerer Wiedereintrittswinkel jetzt bei Artemis 2 soll die Problemzonen zeitlich verkürzen. Bei Artemis 1 wurde ein flacher Winkel geflogen und der Schild dabei zweimal hintereinander belastet, was letztendlich wohl zum Abplatzen geführt haben soll. Für Artemis 2 wurde auch ein Worst-Case-Szenario mit vollständigem Materialverlust untersucht, das laut Test keine Gefahr für die Crew darstellt. Wenn ihr das hier seht, kann es schon sein, dass das SLS für Artemis 2 schon auf dem Weg zur Rampe ist. Die NASA plant für den 17. Januar den Rollout der vollintegrierten SLS-Rakete mitsamt Orion-Kapsel zum Startplatz LC-39B. Das gesamte Vehikel mit Statuum, das wiegt 5000 Tonnen und soll dann mit rund 1,6 Kilometer pro Stunde auf dem sogenannten Crawler die 6,5 Kilometer vom Vehicle Assembly Building bis zur Rampe zurücklegen. Das Ganze kann dann bis zu 12 Stunden dauern. Ob die Rakete anschließend auf der Rampe bleibt, das ist noch unklar. Je nach Testergebnis könnte ein Rollback ins VEB notwendig werden. Der frühestmögliche Launch-Termin für Artemis 2 ist ja aktuell der 6. Februar. Final entscheidet jedoch der Ausgang der anstehenden Redress-Rehearsal. Es bleibt also spannend, ob der Weg zur Rampe auch der letzte vor dem Start sein wird. Die USA setzt auf Atomkraft im All. NASA und das US-Energieministerium haben eine neue Vereinbarung zur Entwicklung eines nuklearen Oberflächenreaktors für den Mond unterzeichnet. Das Ziel bis 2030 soll ein kompaktes Kraftwerk bereitgestellt werden, das Artemis-Missionen mit dauerhafter Energie versorgt. Unabhängig von Sonne, Temperatur oder Standort. Ist ja gerade beim Mond-Südpol sehr interessant. Der Reaktor, der soll über Jahre laufen, ohne dass er nachgetankt werden muss. Damit will man die Grundlage für langfristige Mondbasen sowie spätere Mars-Missionen schaffen. NASA-Chef Jared Isaacman spricht von einem notwendigen Technologiesprung für das Eintreten in einer, Zitat, goldene Ära der Raumfahrt. Apollo 11, der erste Mensch auf dem Mond. Gestartet von PET-39A, heute an gleicher Stelle, der Ausbau der SpaceX-Starship-Infrastruktur. Und er schreitet voran. Am 13. Januar, da wurde am legendären Launch-Komplex 39A, von dem schon Neil Armstrong aufgebrochen ist, ein zentrales Bauteil montiert. Und zwar der sogenannte Ship-Quick-Disconnect-Arm. Dieses bewegliche Segment dieser Ausleger ist entscheidend für die Betankung der Starship-Oberstufe. Direkt dann vor dem Start. Bereits Anfang Januar, da wurde das Element aus dem SpaceX-Standort Roberts Road zur Startrampel transportiert, in Position gebracht und nun an der Startturm-Infrastruktur befestigt. Du bekommst einen Anruf von einer unbekannten Nummer, die schon deinen Namen kennt? Klar, deine Daten, die sind längst im Umlauf. Und zwar nicht nur bei sozialen Netzwerken, sondern auf hunderten dubioser Webseiten und Datenbanken. Das Problem, viele dieser Seiten, die leben davon, deine Daten weiter zu verkaufen. Je mehr über dich bekannt ist, Name, Adresse, Telefonnummer, Interessen, Arbeitgeber, ja sogar Familienbeziehung, desto wertvoller bist du für Datenhändler. Und damit auch ein potenzielles Ziel für Betrüger, Phishing-Angriffe oder Identitätsdiebstahl. Was kannst du tun? Ja, du könntest versuchen, jede dieser Seiten einzeln anzuschreiben und die Löschung zu fordern. Aber realistisch gesehen, dafür fehlt uns allen die Zeit und vor allem die Nerven. Die Lösung? Incogni fordert in deinem Namen die Löschung deiner Daten bei hunderten Datenhändlern. Und das automatisch, regelmäßig und rechtlich fundiert. Und das Beste, mit meinem Code senkrecht startet, da bekommst du 60% Rabatt auf den Jahresplan. Mach mal den Selbsttest, such deinen Namen bei Google. Du wirst überrascht sein, wo du überall auftauchst. Und das ist ja nur das, was öffentlich sichtbar ist. Im Hintergrund da kursieren deine Infos noch viel weiter. Du findest dich konkret auf einer Webseite, wo deine Daten eigentlich nichts zu suchen haben? Dann einfach den Link in das Customer Removals Feature von Incogni. Die kümmern sich dann darum, dass deine Infos verschwinden. Hol dir die Kontrolle über deine Daten zurück. Mit Senkrechtstarter sicherst du dir die 60% Rabatt auf den Incogni-Jahresplan. Den Link findest du auch direkt unter dem Video. Einfach draufklicken, Code eingeben, fertig. Zurück zum Starship. Das nächste Starship, das startet nicht aus Florida, sondern natürlich wieder aus Texas. SpaceX treibt da die Fertigstellung von Pad 2 in der Starbase voran. Weil zum 23. Dezember, da hielten die Chopsticks ihre Aktuatoren zurück, die ihnen wieder volle Beweglichkeit verleihen. Essentiell für das Heben und potenzielle Fangen des Boosters. Ebenfalls neu ein Chill-Down-Vent mit drei Auslässen für das kontrollierte Abkühlen der Sauerstoffleitung vor dem Betanken. Diese sogenannte Chill-Down-Phase, die kennt man von Falcon 9, doch das neue Design mit Mehrfachauslass, das ist bisher einzigartig. Dazu wurden neue Bumper, Stoßstangen würde ich jetzt mal sagen, installiert, die bei einem schiefen Fangversuch Schäden an Fahrzeug und Infrastruktur vermeiden sollen. In Summe ergibt das, Pad 2 ist fast bereit für den Härtetest mit einem Super Heavy Booster. Es fehlen nur noch finale Abschlussarbeiten und Systemchecks, dann könnte bald der erste statische Feuertest auf dem neuen Komplex erfolgen. Ich liebe ja die Community vor Ort. Das NSF-Team zum Beispiel, das nutzt aktuell die etwas ruhigere Zeit ohne Startaktivität und folgenden Tests in Texas zum Warten und Aufrüsten aller ihrer Kamerastandorte an der Starbase. Für uns gibt es dann damit auch künftig rund um die Uhr ununterbrochen Livestreams direkt vom Starship-Geschehen. Großer Shoutout an NASA Spaceflight und Whataboutit und alle, die die Entwicklung für uns auch aus dem Wohnzimmer heraus verfügbar machen. Booster 19, der vermutlich nächste Flugkandidat, der befindet sich in der Mega Bay 1. Die wohl passende Oberstufe, Ship 39, die wurde bewegt und mit dem Ship-Transportstand mehren sich die Zeichen für eine neue Testwelle in der Starbase. Nach fast vier Wochen Pause ist der Starship-Testank S39-1 wieder an der Testanlage Masseys eingetroffen. Die Rückkehr, die er erfolgte in der Nacht zum 12. Januar inklusive Straßensperrung. Bereits zwei Tage später sollen neue Belastungstesterfolge sein. Ja, SpaceX macht weiter ernst mit der Ostküstenerweiterung seines Starship-Programms. Ein Spezialponton oder Schubleichter wurde Ende Dezember erstmals an der Space Coast in Florida gesichtet. Ja, alles klar, der Transport von Super-Heavy-Boostern und Starship-Oberstufen per Schiff von der Starbase in Texas zum Kennedy Space Center nimmt konkret Formen an. Den Transport über den Seeweg hatte schon vor einiger Zeit SpaceX-Vizepräsident Kiko Dantjev bestätigt. Ja, die riesigen Raketenstufen, die sollen dabei liegend überführt werden. Anders wäre die Verdauung der 72 Meter hohen Booster logistisch nicht machbar. Für SpaceX ist das ein strategischer Meilenstein. Die Fertigung, die bleibt zunächst in Texas. Doch mit der maritimen Logistik, da entsteht die Grundlage, um auch Starts an der US-Ostküste mit vollintegrierten Starship-Hardware aus Boca Chica zu bedienen, bevor auch dort eine Produktionsanlage in Betrieb geht. Musk spricht ja von 1000 bis mittlerweile 10.000 Oberstufen, die produziert werden sollen. Zur Einordnung, mit knapp 600 Orbitalflügen muss SpaceX bisher auch mindestens ebenso viele Oberstufen für Falkenraketen gebaut haben. Die meisten Oberstufen von SpaceX, klar, die haben Starlinks gestartet. SpaceX darf jetzt offiziell 15.000 Starlink-Satelliten der zweiten Generation betreiben. Die US-Kommunikationsbehörde FCC, die genehmigte den Start von weiteren 7.500 Einheiten, inklusive technischer Verbesserungen wie Senden und Empfang auf fünf Frequenzbändern und den Betrieb in niedrigen Umlaufbahnen. Zu den Zielen der neuen Ausbaustufe gehört das direkte Anbinden herkömmlicher Smartphones über das Starlink-System. Der Anfaktor wurde von SpaceX eigentlich schon im Herbst gestellt, nun folgt die formelle Freigabe. Allerdings, die eigentlich beantragten 30.000 zusätzlichen Satelliten, die wurden abgelehnt. Ja, aktuell 9.400 Satelliten etwa, einsatzbereit von SpaceX Starlink, das sind zwei Drittel aller Satelliten im Orbit. Die FCC warnt daher auch von mangelnder Konkurrenz. Das war eigentlich schon am 3. Dezember letzten Jahres, aber die neuen Bilder, die sind so cool, dass ich sie euch hier nicht vorenthalten will. Die chinesische Rakete Suki 3, die absolvierte ja erfolgreich ihren ersten Testflug, während die zweite Stufe erfolgreich eine Erdumlaufbahn erreichte, misslang die Rückführung der R-Stufe. Obwohl, die Rückführung technisch gelangt hier. Aber zurück zur Rakete und den Bildern. Die finale Bremszündung, der sogenannte Suicide Burn, der zündete zum geplanten Zeitpunkt, aber bereits kurz danach war zu sehen, wie die Rakete auseinanderbrach und dann im Feuerball wenige Meter neben dem Landepad einschlug. Trotz des Rückschlags ist der erfolgreiche Orbit-Eintritt der Oberstufe ein Meilenstein für das private Raumfahrtunternehmen Land Space. Ja, und der Flug ist auch ein weiterer Schritt Chinas in Richtung wiederverwendbare Raketen. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche am Sonntag, 11. Januar. Da startete eine Falcon 9 von SpaceX vom Space Launch Komplex 4E in Kalifornien. Sie brachte mit Pandora ein NASA-Teleskop zur Exoplanetenforschung sowie weitere Rideshare-Nutzlasten in Orbit. Mit den Pandora-Satelliten, da hat die NASA ein neues Hilfsinstrument für das James Webb-Weltraumteleskop gestartet. Und das für gerade einmal 20 Millionen Dollar oder so teuer war der Satellit. Der Mini-Satellit in einer sonnensynchronen Umlaufbahn soll helfen, ein grundlegendes Problem bei der Exoplanetenforschung zu lösen. Störende Signale von Muttersternen. Während Webb durch die Atmosphäre ferner Planeten spät, kann Pandora parallel deren Heimatstern beobachten und so zwischen planetarer und stellarer Spektralsignatur unterscheiden. Pandora soll durch Langzeitbeobachtung von 20 gezielt ausgewählten Planetensystemen mehr Klarheit schaffen. Angestrebt wird eine präzisere Analyse potenziell lebensfreundlicher Atmosphären, mit der man Webb noch gezielter einsetzen kann. Am Montag, den 15. Januar, da startete die indische PSLV-DL vom Satishwaran Space Center. Sie sollte den Erdbeobachtungssatelliten EOS-N1 und 15 weitere Nutzlasten transportieren, scheiterte jedoch. Warum, das kann ich euch noch nicht sagen. Ebenfalls am Montag, da brachte eine Falcon 9 von Cape Canaveral 29 weitere Starlink-Satelliten ins All. Am Dienstag, 13. Januar, da startete eine Langemarsch 6A vom chinesischen Raumfahrtzentrum Taijuan. Die Rakete, die transportierte einen militärischen Yao-Gun Erdbeobachtungssatelliten. Ebenfalls am Dienstag, da hob eine Langemarsch 8A von Wencheng ab und brachte neun Kommunikationssatelliten in Orbit. Teil des chinesischen Saturn-Leo-Internetkonstellationsprogramms. Am Mittwoch, den 14. Januar, da folgte erneut eine Falcon 9 von SpaceX mit 29 weiteren Starlinks. Am Donnerstag, 13. Januar, da startete eine Langemarsch 2C von Jiquan mit einem Erdbeobachtungssatelliten für Algerien. Ebenfalls am Donnerstag, da hob von einem Seestartplatz von Haiyang eine Ceres 1S mit vier IOT-Kommunikationsathleten ab. Am Freitag, 16. Januar, eine Langemarsch 3BE, unbekannte Nutzlast, war von Xi Cheng aus. Am Samstag, 17. Januar, eventuell Erstflug der neuen Ceres 2 von Galactic Energy. Ebenfalls am Samstag sollte SpaceX vom kalifornischen Startplatz 4E in Vandenberg in der Falcon 9 starten. An Bord wäre dann Enrol 105, das ist eine geheime Mission fürs Pentagon. Seit Monaten steht der 28 Meter hohe Themis-Demonstrator auf dem verschneiten Testgelände im nordschwedischen Kiruna. Soll ja eigentlich Europas Einstieg in die Wiederverwendbarkeit werden. Auf einer ESA-Pressekonferenz erklärte Raumtransportdirektor Toni Tolkanüsen, man müsse schlicht auf den Frühling warten, um mit den ersten Haupttests zu beginnen. Geplant ist ein kurzer vertikaler Start und eine kontrollierte Landung, ähnlich wie bei den frühen SpaceX-Testflügen mit Grashopper. Das Münchner Unternehmen AuroraTech hat gemeinsam mit Kepler Communications den weltweit ersten Livestream von Wärmebilddaten der Erde aus dem All realisiert. Vier hochauflösende Sapphire Gen 4 Kameras wurden im Rahmen der SpaceX Twilight Mission gestartet und liefern nun in Echtzeit thermische Bilder zur Erde. Verarbeitet durch KI direkt im Orbit und über ein optisches Netzwerk blitzschnell übertragen. Damit will man vor allem Waldbrände schneller erkennen und bekämpfen können. Die Integration in Keplas Satellitennetzwerk diminimiert Verzögerungen und schließt bisherige Informationsstücken. Dank hochauflösender Sensortechnik und Verarbeitung direkt im All entsteht so ein globales, kontinuierliches Wärmebild. Ein Game Changer für den Katastrophenschutz und die Umweltüberwachung. Noch ein Startup aus der Münchner New Space Bewegung mit Icarus 2.0. Da geht eines der ambitioniertesten Naturschutzprojekte Europas in die nächste Runde. Das deutsche Raumfahrtsstartup Talos und der bulgarische Satellitenhersteller Endurosat starten gemeinsam eine Satellitenkonstellation zur globalen Tierbeobachtung. Unterstützt von der Max-Planck-Gesellschaft, dem DLR und der National Geographic Society. Der erste von fünf kleinen Satelliten, der CubeSat Raven, der soll im Februar starten. Die neue Konstellation ersetzt das ursprünglich auf der ISS betriebene Icarus-System, das nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eingestellt wurde. Absicht Bewegungsmuster und Umweltbedingungen von Wildtieren erfassen. Kosten günstig, häufig und präzise. Die Satelliten, die empfangen Daten von winzigen Sendern an den Tieren, erfassen Position, Klima und Verhalten. Die daraus generierten Informationen, die sollen nicht nur die Forschung beschleunigen, sondern auch konkreten Nutzen für Naturschutz und Umweltpolitik entfalten. Von Raven zu Maven. Ein Satellit für Umweltbedingungen am Mars, der wird wohl nie wieder senden. Die NASA sieht kaum noch Chancen für eine Rettung der Mars-Sonde Maven. Seit dem 6. Dezember hat der Orbiter keinen Kontakt mehr zur Erde. Aus der Analysen deuten darauf hin, dass Maven ins Trudeln geraten ist und seine Umlaufbahn verlassen hat. Zwar will man jetzt neue Kontaktversuche starten, doch die NASA zeigt sich zunehmend pessimistisch. Maven war seit 2014 im Einsatz, untersuchte den atmosphärischen Gasverlust des Mars und diente als wichtiger Relais-Satellit für Rover Curiosity und Perseverance. Eric Schmidt, ehemaliger Google-CEO, investiert mit seiner Frau Wendy privat in vier hochmoderne Teleskope, darunter das Weltraumteleskop Lazuli, das ab 2029 als inoffizieller Hubble-Nachfolger gelten könnte. Mit größerem Spiegel, höherer Umlaufbahn und innovativen Instrumenten, wie zum Beispiel einem Chronographen zur Exoplanetenanalyse. Da soll Lazuli schärfere Bilder liefern als Hubble und weniger durch andere Satelliten, die um ihn herum oder höher fliegen, gestört sein. Das Projekt, Teil des neuen Schmidt Observatory-Systems, nimmt bewusst mehr Risiko in Kauf, um schneller als staatliche Programme voranzukommen. Drei weitere bodengebundene Teleskope, darunter das Modular Argus Array mit 1201-Teleskopen, sollen mit KI-gestützten Echtzeitanalysen neue Maßstäbe setzen. Alle Daten, die werden öffentlich zugänglich sein, damit wollen die Schmidts die Forschung beschleunigen, ganz ohne kommerzielles Interesse. Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle Unterstützer dieses Kanals. Euer Beitrag, der macht diesen Kanal überhaupt erst möglich. Ja, die YouTube-Werbeeinnahmen, die würden alleine nämlich nicht ausreichen, um den Kanal zu betreiben. So gibt es aber einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal auf Deutsch, der sich ausschließlich mit Neuigkeiten aus der Raumfahrt befasst. Ihr gebt mir die Freiheit, themengründlich zu recherchieren. Ihr sorgt dafür, dass die Menschen über Raumfahrt informiert werden und dass Raumfahrt noch mehr Menschen begeistern kann. Danke, dass ihr Teil dieser Mission seid und diesen Kanal mittragt. Ich danke euch im Namen des gesamten Teams von Senkrechtstarter, aber auch im Namen aller Zuschauer, die euch ja diesen Kanal verdanken. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschsprachigen Raum für Raumfahrt zu begeistern, genau, teile meine Videos, sprich mit Menschen über Raumfahrt und darüber, was dich daran begeistert. Und wenn du die Arbeit von Senkrechtstarter direkt unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich über eine direkte Unterstützung über eine Kanalmitgliedschaft. Durch deine regelmäßige monetäre Unterstützung bleibt der Kanalbetrieb auch in Zukunft gesichert. Den Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft, den findest du unter dem Video. Als kleines Dankeschön bekommen ja alle Schutzenge, die Senkrechtstarter-Videos farb- und werbefrei. Vielen, vielen Dank. Wir schauen noch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Am Montag von Wencheng, Lange Marsch 12. Am Dienstag von Neuseeland, Elektron mit The Cosmos Will See You Now. Wäre mein Start der Woche am Mittwochabend, wahrscheinlich dann von Andoya, Isar Aerospace mit der Spectrum. Hoffentlich können wir es live schauen. Am Donnerstag von Vandenberg, Falcon 9 mit Starlings. Und am 25. Januar wahrscheinlich ein Seestart aus China mit Yelong 3. Nots, das ist mir noch nicht bekannt. Hier nochmal der Hinweis, hol dir die Kontrolle über deine Daten zurück mit Senkrechtstarter. Da sicherst du dir 60% Rabatt auf den Inkogni-Jahresplan. Den Link, den findest du direkt unter dem Video. Einfach draufklicken, Code eingeben, fertig. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkig bleiben. Dein Mau. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.